Sandra Fleckenstein ist eine deutsche Schauspielerin, Biografie. Mit neun Jahren lernte sie zum ersten Mal beim ZDF Dreiteiler Tödliche Wahl die Arbeit am Filmset kennen. Während des Abiturs stand sie 2005 für den hessischen Tatort Lehrstand vor der Kamera und im Anschluss absolvierte sie bis 2007 eine Ausbildung an der Schauspielschule Film Acting School Koloin. Danach widmete sie sich einem Studium der Film- und Theaterwissenschaft an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Ein erster Lehrauftrag folgte 2011 an der Hochschule Darmstadt. Sandra Fleckenstein war so dann in einer Episodenrolle in der ZDF-Serie Unser Charlie 2009 zu sehen sowie in diversen Film- und Werbeproduktionen. 2013 spielte sie in der ARD-Krimikomödie Allesverbrecher eiskalte Liebe mit. Seit 2014 tritt sie an verschiedenen Off-Theatern in Frankfurt auf. Filmografie 2005 Tatort Lehrstand 2006 Terroranschlag zur WM 2006 Terrorismusverdacht 2007 Oertel und Prüm 2008 Der Weg zum Uri Zon 2008 Ghost Lover 2008 Popierler Wer beliebt sein will, muss leiden 2008 Redwood 2008 Tiny Angel 2008 Überraschung Überraschung 2008 Wake Up 2008 WDR Schalte auf Sommer 2009 Alt Compliance Film 2009 Der Überfall 2009 Fairfield 2009 Herzrasen 2009 Singalong Dance Away 2009 Unser Charlie 2009 Wirtschaftswunder 2010 Daniel fährt mit 2010 Frauen-WM-Spot der Stadt Frankfurt 2010 Noire Drei Dinghut 2011 Abenteuer Technik 2011 Kamele Lott 2011 Erinnern ausgeschlossen 2011 Sorgenkind 2012 2 pro 2 ist gleich 6 2012 Tridentität 2013 Alles Verbrecher Eiskalte Liebe 2013 Genie 2013 Woher nimmst du nur die ganze Energie? 2013 Zwielicht 2014 Zwielicht 2014 Ausrasten 2014 2014 Trulicity 2015 In Gefahr 2015 Encounters Theater 2010 Seven Jewish Children 2014 zu 2015 Dinge, die man nachts nicht sagen sollte Voice Overs 2008 Zebran Streifen 2010 Endlich Natürlich 2010 Krieg im Kopf 2012 Katan Game Assistant